Möschung Möschung Willkommen zu einer Folge Undertale Wir sind ja beim anderen Kampf mal sehen ob wir ihn diesmal hoffentlich oder halt auch weniger hoffentlich schaffen Ich habe ein bisschen trainiert wir sollten jetzt etwas weiter kommen und ich habe vor allem auch die Snowman Pices und meine Item-Auswahl verbessert Allgemein na gut wir gucken mal ich kann nicht versprechen dass wir sind von einem cut schaffen Wahrscheinlich hätte ich jetzt nicht mehr machen müssen aber ich muss kurz der karten bis gleich jetzt schon direkt am anfang Also dann wieder hier das muss ich ja nicht noch vorlesen das hatten wir schon letzte folge Er ist nicht gesehen habt ihr müsst irgendwo gegen Ende suchen da kam das von unserer first drive wo ich auch direkt predikten konnte dass wir es nicht schaffen So ich habe jetzt die Ballettschuhe anstatt dem magischen Buch so und ich habe Schokolade Die Schneemannstücke brauchen wir auch anscheinend doch Beim Sense halt werden sie hoffentlich nicht so erscheinen weil Ja Bei Sense kommt es auf 5 HP nicht wirklich an und die Schneemannstücke halt nur 5 mehr als die Wie heißen die denn da nochmal? Ähm als Legendary Heroes So dann versuchen wir es mal erneut leider So, oh, draußen fahren schon die Autos herum das füllt mich mit Determination Oh ja, ist das Lied Ich wollte euch used to die Okay, versuchen wir es Schade, hätte ich jetzt nicht hin auf 10 bekommen wäre es episch Oh ja Ah, verdammt glaube ich ja fehlt Ich habe es komplett verkackt, sorry Da wie sagen meine Kollegen immer ich habe die scheiße gegriffen Ah, jetzt sind jetzt schon hier der erste Schaden kommen Ich habe hier übrigens auch den seht ihr mitgenommen Wie die schnelleren Bewegungen Okay, okay Ich habe es verkackt, Leute, sorry Ich glaube, wir können den Kampf schon fast vergessen So, dann schluck ich mal den CT Boah Hier schon alles war wirklich super, so ein billiger After 8 fake, der zwar genauso schmeckt, aber viel günstiger ist Ein paar von, oh Gott, ein paar von ihren Loops habe ich jetzt aber schon auswendig Ähm, deshalb, das ist gut So, jetzt hier werde ich glaube ich Probleme haben, so wie ich es Änderungen habe Ah ja, okay Ich habe den Move nach rechts und nach links vergessen, sorry Oh ja, okay Dann Udo und da, boah, die Tastatur regt mich so auf, das glaubt ihr mir nicht Das ist aber auch wirklich unglaublich Wie nervig so eine Tastatur sein kann, oh Gott Und ich schluck mal kurz in die Bahn Ah, okay Oh Gott Ich hasse dieses Petter Ich hasse es Na, die Tastatur Ich verstehe nicht, was mit meiner Tastatur falsch ist So Dann, ich muss ja abwechselnd Enter und Set drücken Ansonsten erkennt die Tastatur nicht alle Jedes Mal, wenn ich es drücke Ich brauche eine neue So Oh Gott, nicht das Okay, Leute Ah, da haben wir schon den ersten Punkt Oh Gott, ja, jetzt beginnt der Kampf Jetzt, ähm, ja Könnt ihr mich als Halbtot und Typ mit Problemen ansehen Äh, dass ich jetzt hier so oft ausgewichen bin Dann war nur Glück Reines Glück Ich muss kurz noch das Wasser holen Ansonsten schaffe ich den Kampf Bis gleich, Leute Okay, Leute Alle Hoffnung ist weg Wir haben kein Kahn, kein Kahn, kein Wasser mehr Ich muss Kahnberger trinken Äh Wir sind gerade im roten Modus Schande Okay Dann, ich muss jetzt trinken, schau auf, machen Ansonsten war es das So, komm, komm Dem backen wir Dem backen wir Oh ja Was war noch mal Oh Gott, ich habe die falsche Taste gedrückt Ich habe die Anstatt set gedrückt Ja Oh, hab das gesehen Am Ende kann man sich nicht überwägen Dabei wurde ich schon öfters getroffen Das hat mich bei den letzten paar Runs am Sieg gehindert Aber diesmal nicht Diesmal packen wir die Kuh So Oh Gott Okay, vielleicht packen wir die Kuh doch nicht Eintreffern Wir sind dort Bienenüdel Okay, boah, wie lange hat die Runde angehalten Ja, ich habe noch mal bis zu diesem Punkt spielen Bis gleich Jo, ich hoffe mal, wir waren irgendwo hier So, damit wir jetzt so momentan stand Oh, das ist gar nicht so schlecht aus Ich dachte Jo, gut Dann fressen wir schnell Das ist jetzt gerade noch in Zyban Einfach nur zur absoluten Sicherheit Weil wir bei dem Mund hier, glaube ich, vorhin gescheitert sind Oder war es der Ich weiß nicht Oh Gott Oh Okay, wir scheitern hier dran jetzt So oder so Och nee, kommen Muss noch nicht sein So, oh Gott Oh Gott Ja, ich kann gleich direkt wieder cutten So, so, so Bäm Ja Oh Gott, das war gerade so So knapp Da habe ich mich schon tot gesehen So, wartet Wir nutzen jetzt die Trump-Karte Ich öffne gerade mal mein Snicker So Oh ja Na, 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 na Snicker am Arbeitsplatz Das geht so nicht So, dann Wie viel haben wir noch? Wir haben noch ein Snowpice Okay Zack, zack, zack Bäm Leute, die Hoffnung stirbt das Letzt So Oh Gott, habt ihr es gesehen? Ich konnte mich nicht mehr bewegen So, dann schlucken wir es zur Sicherheit Ja, es war gut, dass ich es geschluckt habe So, ansonsten wäre es das jetzt wahrscheinlich wieder Oh Gott Ja, ist ja das schon wieder gewesen Komm, zwei Runden schaffen wir noch, bitte Das muss jetzt gehen Oh Mann Oh Gott Okay Wenn wir diese Rund jetzt überleben, dann haben wir es überlebt Dann Das kann nicht sein Oh, komm schon Ich hasse die Tastatur Na gut Ich werde jetzt gerade ein bisschen wieder so nah dran sind Bis gleich Dann Leute, versuchen wir es Komm, eine hat noch Bitte die Rund hier bei Leben Komm So viel dazu Okay Leute Da wären wir wieder Und es sieht gut aus Sehr sogar Komm Komm Eine Runde müssen wir noch überleben Dann ist die Unsterbliche Tod Die ungedötete Äh Boah Boden Ja Ich glaube nicht, wie viel Ärger sie mir bereitet hat So verdammt also sogar diese kraft war nicht genug wenn du denkst ich würde dir aufgeben liegst du falsch weil ich habe meine freunde hinter mir gesagt sie würde mit zum gucken wie ich bekämpfe und wenn irgendetwas schief geht würde sie jeden evakuieren also ich habe mich ja noch an den true pacifist ran wo die elf ist dort vergessen hatte an deinen zweit mitzugucken also da wäre ich mir jetzt nicht so sicher gerade jetzt sollte sie erst anrufen und sagen die sechs seelen zu absorbieren und mit dieser kraft ist diese mit dieser welt weiter leben und wieder mal das andere in den geschmolzen aber dies hat ein wäscher auf dem dicken ja gut so dann endlich determination wir sind ja auf dem china wir sind alle dabei wir sind aber alles töten ich muss traurig sein ja da war ja was das willkommen schild ist aussieht traurig im mittagrund gibt es gerade überhaupt keine musik nicht mal die bad bei die musik was das ist ja hier ist sense hütte mit dem schnee drauf ich hatte ich hatte jetzt gedacht wenn ich endlich darauf drückt kommt so nach wie bad nobody came oder so klar so kann man kann nicht so wenig haben das wasser ist wegen der hitze geschmolzen das das ist auch ist auch geschmolzen so und das ist jetzt die area of core und die ist also doch noch da ja gut ansonsten könnten wir auch nicht mehr nachts nur denn ja gut dann würde ich sagen wir uns noch etwas essen so und wir müssen jetzt hier 40 leute töten ja gut ist halt die area von hotland und so zusammen trallala tralli 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 truss und hat keine angst vor uns auch gut dann ich hoffe wirklich dass die fehlenden snowpiles ist weil ich habe wirklich überhaupt kein item mehr gar nichts ich kann das alte menü ich mehr öffnen weil ich keinem habe ja ich hoffe mal wir werden noch ohne die die heißen ding auch mal die snowballs wirklich klarkommen nix für dich das traurig ja wir haben wir noch das astronauten futters bringt aber nichts zu haben nehmen wir sagen wird warum passenden bands wenn ich wie vielheit der bänden ich noch mal info 34 spiel eine physikalisch ja hatten wir schon so dann können wir uns doch im passenden robot jetzt mal wissen wir mal sagen wo gott so lang ist dann ein kampf zu ende ich bin mal gespannt ob da jetzt immer noch alle freunde dort stehen wenn ja das ist einfach extremst traurig da schon teilweise die leute zu sehen die man schon gedötet hat bis zu reiten ins hotland denn ich bin hot wings ich trinke noch gerade was ach wartet ich habe meine flasche noch gar nicht komplett ausgetrunken hier ein schluck ist noch drin was ich die katze wohl denkt beim reiten wahrscheinlich sowas wie bis in jünglichkeiten noch weiter oder so ja ich würde auch gerne als als eine aus holz bestehende katze sein geld verwendet wird dass ich ein witziges leben die rauf voraus hier irgendwie die einzigste nicht weiter es ist ein kraftfeld oh ja das habe ich gesehen vor der ganzen schule das war cool und hier gab es glaube ich ein bug gibt es den back hier noch ich bin's chair was gab da mal ein bug das wenn man sich hier so vorstellt das anspricht hier etwas herum geht es da keine ahnung welche bewegung macht sich dann weg wendet das dann dort die ganze zeit das bild da eingefroren bleibt mit der tscher wie sie deine richtung guckt metaton da bist du du abwartige kleine kreatur das nicht nett du hast dir wirklich selbst einen namen gemacht so in vormos ich bin beeindruckt ja du suchst nach elf ist sie ist nicht hier während du beschäftigt was und dein ding zu tun ist sie herum gerannt und habe die leute evakuiert nun sind sie alle in einem ort wo sie nie bekommen wirst sich zu entscheiden dich nicht zu bekämpfen mai mai sie ist wirklich eine legende oder jetzt gibt es noch ein fang kampf hier welche auf jeden fall mal versuchen und verkacken also das herrte als der fans wie aufsässig du wird es juckt ich praktisch mich zu töten oder nun zu schlimm diese welt braucht und gott braucht ein star mehr als ein paar tote körper zuschauer oder das wird keine ahnung so hier gibt es ein sehr starkes item der kühlschrank ist gefüllt mit ins und nütz und soda ja klar nehmen wir die oh fail ja dann hier dann fressen wir mal oder denkt hier der test road food doch mein haus erst dann sehr schön aber jetzt können wir noch eins nehmen auch nö jetzt nicht mehr jedenfalls die den sind günstig haben ja in dem gruppe zu versuchen für h für 8 hp und ein witzigen moment gesorgt hier ja die hilfe das zeit in diesem fall hier alle hp wenn wir die fressen steht da die sind es besser wenn sie trocken sind und sie fühlen uns fast alle ich glaube 90 stück und das und wenn wir am ende des genusszeit sind und gegen fans kämpfen haben wir glaube ich 92 94 oder so so hier noch mal jetzt mich sorry aber das müsste ich einfach machen so sind lust dass es auch war können wir durch und das laboratory können wir auch nicht ob hier oben noch was besonderes ist schade ich würde mal gern wissen wie viel hp das hundefutter dort teilt also wisst ihr manchmal wenn wir so ein tiergeschäft sehen und dort an das hundefutter sehen also da denke ich mir schon dass die hunde ist manchmal besser haben als die menschen ich meine das muss ich mal angucken die fressen da teilweise ganze haxen ja gut egal ja wir haben gegnern wöken ja ja das direkt auch wie traurig das war direkt tot mit einem witzigen geräusch oh ihr habt das gesehen das war der flecht sap auspiet ich bin richtig ja schon die gami das denkt sich die java sicherlich auch immer wenn sie jemanden tötet ja ich bin so ein schiener ich mich ja okay jetzt habe ich vergessen wir das wort heißt sorry oh ja ich bin so ein zauber das arme zander plane es will doch nur freunde und liebe uns in der zweiten welt in den dritten weltkrieg also das sieht schon sehr nach einer guten bombe aus ach du scheiße wie traurig war das denn oh gott das arme zander plane das tut mir leid das wollte ich vielleicht ach komm das ding trollt mich doch okay leute ich glaube da brauchen wir noch ein paar versuche jetzt series das hat genau in die richtung gezeigt ich habe es gesehen so das ding spielt aber auch hier verrückt in dem chino willst du es mitnehmen ja ich trage zu viel stuff oh yeah es macht so gut hier sind wenn ich für die freien bänden nehmen sie und nehmen die bahn und müssen sie müssen sie dann wären wir drauf und werfen die weg weil die extrem spiel sind so sorry leute aber es gibt halt leute die sind hierzu keine ahnung springe für diese welt also frisk kreis ja so viel wie springer wir sind jetzt deshalb sollten diese plattform in der theorie nicht eigentlich nicht funktionieren sinn würden sinn machen würden okay ich habe es nicht zu reden leute sorry sinn wird es ja machen aber irgendwie auch nicht okay ich habe ja schon wieder scheiße ich habe jetzt viel weniger problemen gehabt als im truppet sie wenn ich immer gerne wissen wie es wie sehr wir die dings gebächt hätten die anderen wenn wir jetzt schon die freien pern gehabt hätten naja genau das teurige hier im genuss zeit die laser sind auch alle direkt von anfang an aus weil der flohen sie alle fallen deaktiviert alle so da ach ja genau stimmt wir müssen ja gar nicht zu den seiten weil schon alle deaktiviert sind du bist hier das heißt allein sie ist als ob an allein wir werden dich rächen ich möchte die art ist gar nicht töten die sind so real und gas weil gar zahlt das nachdem wir erfolgen weil die partnerschaftsvermittlung waren im truppet das müssen wir jetzt töten und wir haben wieder mehr liebe alles was wir wollen das liebe tut mir leid aber das ist so also hier die kochschau findet jetzt auch nicht statt könnte ich eigentlich schon ausmalen so ach ja genau stimmt können wir uns jetzt eigentlich den kuchen holen schade wochen zu wissen wie viel api der heilen würde weil irgendwie halt ja alles was zu essen und trinken gibt hp na gut 35er bleiben und wir sind dann auf der und wir sind auf einer plattform wo wir den koa von jungen können erreich der 1 1 jahr ja ha ha die slick location left floor 3 können wir jetzt eigentlich können sie noch holen können sie nicht leisten so war die musik ist hier in langsam extremst langsam glaubt das könnte man so sagen ich bin master of puzzle habt ihr gehört habt ihr gehört das ist ein offizieller titel 35 verbleiben so krass wie weit wir schon kamen jetzt machen wir heute zwei boss battles an einem tag der dialog geht gar nicht weiter ich musste noch was sagen so das hätten wir sowieso schon alles und die kommt jetzt auch kein besonderer text mehr so das hatten wir schon im petz ist also von daher ich habe gehört da kommen dass sie einen schlechten geschmack haben was für eine schade ein mensch kommt durch und sie können nicht mehr gegessen werden gut verrottete zutaten können die ganze zeit weggeworfen werden ja wer wieder ein epischer kampf mit epischer musik das traurige ist halt nur dass wir sie banden so also nicht schon mit einheit ich jetzt war nicht mehr er sagt jetzt ich bin ich mehr wer du sagst jetzt ich bin ich mehr sollte wandelt sein ich weiß es doch oder sind wir da sind wir irgendwie auf eine neutral route abgewandert kann ich mir auch nicht vorstellen wo denn jetzt kommt auf jeden fall hier die ich bin extrem traurig ist auch so im genuss hat und wahrscheinlich allgemein wenn man die macht wird killt aber ich weiß nicht sind wir noch sind jetzt doch bis sie nicht wirklich müssen die 40 fischer erst beim chor getötet haben da vor dem metatron fight oder ich weiß aber auch nicht wo wir abgerutscht sein könnten jetzt mal gucken doch 34 left also ich glaube auch mal weiter und wir sprechen halt später vielleicht schon wir noch irgendwelchen weise darauf dass er abgerutscht sind kann ja auch sein aber ich weiß nicht wo weil die mafit ist normalerweise one hitz müssen wir gerade gucken so ja also hier kommt jetzt auf jeden fall nicht am etatron das ist schon mal ein gutes zeichen das war gerade das hatte gerade noch farbe gehabt glaube ich oder dann habe ich mich schon und hier ist auch nichts ja dann als green geist noch evakuiert also von daher gehen einfach mal ins nächste biogen hier ja wenn jetzt noch alles leer ist ja aber ist so als würde niemanden kommen und so dann können wir klauen fünf gold der hat richtig viel hätte dass ihr liest dann ist es so als hätten wir extrem schlechte nachrichten von einem mega bösen weil du es kann einfach nur so hier und sie hat uns so was gesagt in richtung von irgendeinem super duper safe und platz ja sag ich das einfach so zuerst müssen wie sie geldstift bekommen ja wir wollen diese stifte nicht und denkt gar nicht dran unsere sachen zu klauen ja dass unsere müller alleine ist ja kommt reicht genug das ist so gut so dann können wir noch rad waffen holen dem ist ricky ja dann könnten wir auch direkt dank von vielleicht das 17 spiel da bei mt gun und den cowboy hat brauchen wir beides nicht wobei doch genau so müssen wir noch hier leute töten bevor wir metatoren wollen hätten wir haben hasen gefressen dann ihr den cowboy hat ja wir haben den cowboy hat und die mt gun jetzt geht's los und für 30 left ja sieht so aus als wären wir noch im geno seit dann dabei box können wir nichts mehr holen dann wird zurzeit dass wir 34 leute loswerden sind wir auch schon fast am ende vom genuss hat fällt mir gerade auf wir sind schon beim core warte pack dann gekommen da mache ich das ja als nächste folge ja in der nächsten folge werde ich dann auf stream hier schon die kills weg gefahren haben und dann werden wir den genuss hat man wahrscheinlich tatsächlich beenden beenden jetzt in anführungszeichen also bei wenn man hier sens machen machen soll denn ist das mehr als nur beenden dann ist das kunst also bis zur nächsten folge dann leute dann geht es dann dort weiter und da werden wir wahrscheinlich auch schon sens erreichen ciao ciao Bis zum nächsten Mal.